Viele von euch kennen bereits die geteilte Silikonform in grün und rot. Die könnt ihr jetzt vergessen. Einige benutzen aber auch eine dreigeteilte Silikonform. Die könnt ihr jetzt auch vergessen. Denn Omnia hat jetzt eine sechsteilige Silikonform rausgebracht. Sechs Teile. Wie geht das? Ganz einfach. Ihr habt natürlich zweimal eine halbe. Die Farben kennt ihr bereits in hellgrau, also beige und in rostbraun. Die Farben kennt ihr von der Due. Die gibt es auch noch mal in klein. Und in klein gibt es noch mal eine orangene und eine violette. Ihr habt jetzt vier Viertel und zwei halbe. Und damit bleiben euch natürlich ganz viele Ideen offen, die ihr im Omnia-Backofen jetzt machen könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die halben nehmen und ein Kartoffelgratin machen oder ein Toscanischen Filettopf jeweils auf eine Seite. Das heißt, ihr habt zwei herzhafte Gerichte, aber eine komplette Mahlzeit. Und viele haben sich das ja gewünscht. Und Omnia ist natürlich darauf eingegangen und hat da Ideen gebracht. Oder ihr macht einen Toscanischen Filettopf, ein Kartoffelgratin und vielleicht auch noch Gemüse dazu. Dann habt ihr natürlich nicht nur zwei Sachen, sondern mit Gemüse ein komplettes Gericht. So. Oder ihr könnt natürlich auch vier Viertel machen. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt natürlich jetzt, ist natürlich super, wenn ihr nur zu zweit seid oder zwei und ein kleines Kind oder gar alleine seid. Da könnt ihr euch richtig viele tolle Menüs machen. Und ihr seid da in eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Habt ihr einen Vegetarier dabei, dann habt ihr auch was für vegetarisch. Oder ihr wollt Fisch machen und habt dann zwei Sachen, wo ihr einfach Reste verbrauchen wollt. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das alles in einem Omnia zu machen. Und das ist cool. Das ist richtig cool. Omnia hat sich auch noch weitere Gedanken gemacht. Die haben nicht nur gesagt, pass auf, wir machen jetzt einen Sechser. Sondern die haben sich Gedanken gemacht, wie kriegt man denn die Silikonform da auch raus. Wer schon mal in der roten Silikonform oder auch in eins der Due einen Kuchen aus der Backform gehoben hat, der weiß, es ist ganz schön heiß. So eine Silikonform da raus zu fimmeln, ja, das ist ein Kraftakt. Nicht vom Gewicht, sondern von der Hitze her. Deswegen haben die hier solche Nippel angebracht. Die haben wirklich an den kleinen Silikonformen und natürlich auch an den großen so Nippel angebracht, wo ihr die rausheben könnt. Und die sind so angebracht, dass die am Schwerpunkt liegen. Das heißt, zieht ihr die raus, ist es nicht so, dass es sofort umkippt und ihr eure ganzen Zutaten auf euch niedergießt, sondern ihr könnt die rausheben und wirklich so auf den Tisch stellen. Das Gleiche ist auch mit der großen gemacht worden. Die könnt ihr natürlich auch an diesen Nippeln hochheben. Die sind jetzt nicht so angebracht worden, weil das würde kippen, sondern die sind an den Schwerpunkten, an den Seiten angebracht worden, sodass ihr die auch bequem rausheben könnt und hinstellen könnt. Wir hatten in unserer Facebook-Gruppe kurz nach Silvester eine Posterin, die hatte Reste in der Dreifachen gemacht und hat dann jedem eins auf den Teller gestellt. Jetzt kann man sagen, okay, ich esse nicht aus Silikon, bleibt jedem selber überlassen. Aber die Idee war witzig. Da war dann noch Salat drum und das war einfach in die Mitte gestellt. Die Idee war witzig, muss man sagen. Ja, aber auch die Idee von Omnia ist jetzt ganz witzig, dass die halt sich Gedanken gemacht haben und eine 6er Silikonform rausgebracht haben. Wie gesagt, da sind euch jetzt alle Wünsche offen. Ihr habt auch alles in verschiedenen Farben, sodass ihr auch unterscheiden könnt, wenn ein Vegetarier dabei ist, wenn ihr Fisch gemacht habt. Süßes, herzhaftes, kennt man ja schon von der Due. Wenn euch die Ideen ausgehen, es gibt bestimmt in unserer Facebook-Gruppe ganz, ganz viele Ideen. Kommt einfach mal rein, schaut es euch an. Reinigung der Silikonform verlinke ich euch nochmal. Da gibt es was zu beachten. Ihr müsst die auf jeden Fall erstmal kalt reinigen, damit die Gerüche rausgehen. Aber da verlinke ich euch den Beitrag nochmal. Natürlich bekommt ihr dieses Produkt auch ab sofort bei uns im Online-Shop. Da ist dann die 6er Form, 6er Silikonform von Omnia natürlich auch erhältlich. Und zusätzlich haben wir für euch auch noch ein Angebot, auf das ich euch noch kurz aufmerksam machen möchte. Ab einem Bestellwert von 50 Euro bekommt ihr ein Rezeptbuch von uns im Wert von 15,99 Euro kostenlos dazu. Und alles ist versandkostenfrei. Das heißt, eigentlich habt ihr, ich sag mal, summa summa, um 20 Euro gespart. Das heißt, Porto und ein Buch und ihr habt noch ganz viele Möglichkeiten hier, euch auszutoben. Ja, ich habe euch jetzt dieses Produkt nochmal kurz vorgestellt. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Omnia liest mit und die können daraus auch nur lernen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.